Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Partner, als bei Digimon Cyberslauf, ich bin es, euer MC Mafix. Beim letzten Mal haben wir uns auf die gute Essensjagd begeben. Erstmal haben wir ein kleines Demi Devimon gesucht und auch gefunden und ihm gesagt, weil er gedacht hat, dass sein Besitzer ihn nicht mehr mag, haben wir ihm gesagt, ja, er mag dich sicher, du musst es ihm nur sagen, bla bla bla, sowas in der Art. Und dann sind wir mit der guten Nokia und Gabon und Agumon hier herumgestreift und sind nun dabei, ihnen das menschliche Essen zu zeigen. Und scheinbar tun sie hier die arme Nokia pleite fressen. Maxi überliegt immer so lange. You can't go wrong with pork cutlet place. The best choice would be a pork loin cutlet. A light tender pork fillet would be good too. Whenever I go to eat a pork cutlet place, I want a nice loin cutlet with oil drizzle to top to the pie. Here you go, your loin cutlet. Wow, wow, this is, it's quite well done. It's cooked to a light brown, but it still stimulates the appetite. Okay, I'm gonna put a bit more sauce on this pork cutlet. I know lots of people say the right way to eat it is both put the sauce in a separate dish in order to keep it crunchy, but I prefer it is the best because the sauce seeps into the batter and I like how it changes the taste. Oh, this is delicious. Lion cutlet is definitely the best. The flavor pouring out of the fatty portion of the cutlet is absolutely amazing. Maxi, are you even listening to me? You are off in your own world again. Can you give me a hand? It's a bit of an emergency. Maxi, how much money do you have? I don't seem to have enough. I don't seem to have enough. In that case, should you just dine and dash? I'm gonna have to pay it off by working for them. Whack it off? You don't have any money, Nokia. Well, I am... It's not... It's just that... Do you have it or not? What is it? Oh, hungry. Yeah! Huh? What? What is going on? Oh, come on. I'm still hungry. I'm not full yet. Me too. I want to eat. I need to eat more. This isn't good. Are they going crazy or something? Agumon, Gabumon are starting to act like those other Digimon that went crazy and rampaged. Huh? Uh, Yoko. What are you doing here? Leave this to me. I'll pay. Don't worry about it. Please, eat all you want. I'll join you. You... You'll join us? It's an awful thing to miss a meal. I'd like to make sure they aren't going hungry. Um, okay. I don't really see why, but I guess it's fine with me. Thanks, Yoko. I'm stuffed. Thanks. I really owe you one, Yoko. That's fine. Don't mention it. There's nothing worse in the world than being hungry. Still, you can really pack it away, Yoko. That's not true. Huh? Huh? But you kept ordering more cabbage and miso soup. Nokia, stop it. You're embarrassing me. I'm sorry. All right then. Let's go. Really? I want to eat. I want to eat. I need more food. You guys haven't had enough for one day. Would you like some dessert? Huh? No, Yoko. There's a place I'd like to go to around here. Would you guys like to come along? Die arme, arme, arme Nokia. Fressen hier die Digimons hier noch die Haare vorm Kopf weg. So. Was ist aber mit dem Mind los? Schon merkwürdig. Die Digimons hier in der Farm. Die Digimons hier in der Slave-Driver. Ich hab' dir gesagt. Don't say that. Sie ist immer noch auf dich. Come on, you can do it. Bist du auf meine Sklavenfarm, dann muss ich dir zustimmen. Ja, das ist eine Sklavenfarm. So, okay. Dann gehen wir in den nächsten Laden mit... Hä? Wo sind die? Haben die mich alleine gelassen? Und wer der Garurumon und Platin-Sukamon kriegt, nicht zu essen, oder was? Ja, das ist schon wieder eine Ungerechtigkeit hier. Okay. Ja, ich finde, da solltest du mal... Solltest du dich hier als Rebellen anführen, du solltest mal ein bisschen besser aufpassen. Ich hab' echt keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Ich habe Hunger. 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 Kann man da weitergehen, nicht, oder? Dann schauen wir auf unseren Lieblingsplan-Helfer hier. Candy Shop. Gute Antwort. Ich will dich in den Candy Shop. Ich will dich in den Lollipop. 50 Cent hier. So. Ähm. Kein Candy Shop. Kein Candy... Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Copy Dog. Ne, ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der ist da, wo uns die Nokia-Puppe verkauft wurde. Wenn ich mich nicht ganz irre. So. Ich hoffe einfach, ich bin da richtig. Und wenn ich dann... Dann werden mich Garurumon und Garurumon schon nennen und sagen, ich habe immer noch Hunger. Essen. Essen. Aber die benehmen sich schon ein wenig merkwürdig. Das stimmt schon. Äh. Near the crossing. Okay. Äh. Also hier irgendwo. Dankeschön, Spiel. Ich sage nicht gleich so. Also hier. Äh. Da. Na. Da nicht. Hier. Äh. Da sind wir richtig. I know you just, äh, finished a big meal, but you'll want more once you're standing in front of the desert place. I always have rest... A room for desert. Room for desert? Room for desert means that good God gave us human a separate room in our stomach to use when it really counts for dessert. A separate room? A separate room? I have enough to pay the bill. Ah. No. That's not what I mean. By the way. What do you like to eat, Maxi? Jetzt kommt wieder unser Geschmacks-Pierrex, bitte. Ich glaube, als sie das Spiel programmiert haben, haben die erstmal so... Haben die... Eigentlich ist Digimon eine Koch-Simulation. Das war ihr erste Motivation, bevor sie Digimon das Spiel gemacht haben. That was delicious! Wow, I'm stuffed! I'm full now! How was that? Did you learn about human eating customs? Yeah, thanks everyone! Still, you can seriously pack it away, Yugo! That's not true. But thanks to you guys, I've been able to learn about gourmet food. I don't like geeking out alone when people might be watching me. I see! Girls are always obsessing over the kind of things! I don't, but... Actually, I want to get to know more restaurants. As a matter of fact, I sent a case to your office. Huh? You sent a case? I rank a mini-restaurant as a hobby, so I asked for secret food critique. Ah, that was you. Stimmt, der. Habe ich auch schon mal erzählt, dass es diesen Fall gab, wo wir Essens testen mussten. Und den hat es eine anonyme Person gemacht. Und das war die gute Yugo, also. Huh? Wait a sec. Huh? See? Die ist auch cool drauf, die Yugo, man. So, okay. Den nächsten Fall abgeschlossen. Und nun wissen wir wieder nicht, was wir tun können. Sing leise, wie ein ordentlicher Kett, nicht wahr? Ich habe dir, dass du das Sofa warm hältst. Das ist wichtig. Ja. Let's take a break. Konnten wir schon mal davor machen? Ich glaube nicht. Egal. Where am I? Well, just keep going forward von a... Was zur Hölle? Also, wir sind wieder im Digital Network. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hingeraten sind. Und wahrscheinlich werden uns gleich vollstarke Digimons angreifen. Aber das ist echt eine gute Frage, Leute. Wie sind wir hier hingekommen? Äh, äh, äh. Also, wir hatten die Option schon mal vor, dass wir uns dahin legen können. Uh, Growmon und Ogremon. Nett. Es ist echt nicht gut, mit Black Gatomon zu leveln, man. Wenn man Black Gatomon vor... Also, sympathie mit dir zu leveln. Äh. Das ist echt nicht so leicht, man. Was macht denn das jetzt? Ich sage, das macht 200 Schaden. Zwei Special Moos vorgemerkt. 106. Ja, das wird immer trauriger, Mann. So, was haben wir denn? Nanomachine Break. Ich glaube, das kann sie paralysieren, wenn wir Glück haben. Und kommt Black Gatomon. Du solltest doch gut schön schaden, Mann. Das ist doch eine Lichtattacke, Leute. Oh, das ist eine neutral Attacke. Wieso ist das eine neutral Attacke, Mann? Weg mit dir. Gute Geht. Ja, ich bin ja. Ja, mein Gott. Du kannst mich, du kannst... Also, meine Platin-Sukamons ist cool. Sie sind zwar saumäßig schwach, aber besiegen kann sie keiner. Ich meine, schon, ich meine, vom Level sind die Platin-Sukamons unsere allerstärksten Digimons. Ja, mit Abstand sogar. Also, es kommt ein Platin-Sukamon, dann nochmal Platin-Sukamon und dann kann ein Paydramon bekommen. Aber, die sind definitiv die Spitze. So, komm schon. Da kriege ich jetzt 20.000 Erfahrungspunkte. Bitte, Bill. Habe ein Herz für mich. Das soll ich jetzt mal echt... Ich sag mal, so 4.000 Erfahrungspunkte. 3.000. Nicht schlecht. So, Level 27. Das ist gut. Also, ich sag mal, wenn wir mit Black-Arton 80% sympathieren haben, dann kann man sie eigentlich schon wieder auf die Ersatzbank tun. 78.000. Also, ein Encounter müssen wir noch mit ihr machen und danach kann man sie mal auf die Ersatzbank tun. Aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet sind, Mann. Wieso sind wir im Cyberspace, Mann? Wie sind wir überhaupt reingekommen, Mann? Wenn wir schlafen, fliegen wir jetzt schon in Cyberspace, oder wie? Da, hell. So, okay, Ogremons. Wir machen das jetzt mit unserem schönen Trick. Wir changen jetzt erstmal schön Black-Arton aus und tun dafür... Ja, wissen wir, dass Digamons... Also, tu mal... Ach, weil wir... Nein, nicht Ogremons. Ich brauche ja mit... Werde Garuno, man brauche ja auch Sympathie. Tu mir ihn dann. Jetzt muss ich halt nur hoffen, dass beide wirklich Sympathie halten. Das wäre natürlich awesome. So. Ja, komm, mach dann jetzt auch mäßig Schwachnattacken. Das ist ja auch, Werde Garuno, Mann. Süß, Mann. Und jetzt, komm. Leg mal los, Werde Garuno. Was haben wir denn? Haben wir irgendwas? Ah, 105 Schaden zu einem. Bam! One Punch Man bin ich, oder? So, weg. So, come on, Punch. Ah, Zucker. Eigentlich mag ich... Ich mag meine Platin-Sucker-Mons immer mehr. Je länger ich sie habe, umso mehr mag ich sie. Weil sie einfach... Nicht. Weil sie einfach so schön schwach sind. Hä, aber solange sie so eine tolle Erfahrung geben, kann ich mir nicht beschweren. So. Alles schön. Leben und Level und alles mögliche. Ich sage euch jetzt schon mal, wie es laufen wird. Wir werden mit Peldamon und, äh, werden wir irgendwann mal noch, werden wir zurückdigitieren müssen. Und dann müssen wir nochmal Stingmon, uns ein Stingmon züchten und das dann als Sympathie 100 bringen. Das sage ich euch jetzt schon mal, weil das genauso laufen wird. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich mit Peldamon... Er hat noch 10 Level, die er machen kann. Danach hat er das Maximalle erreicht und ich kann ihn nicht mal hochleveln. Und wenn bis dahin nicht seine Statusartibute hoch genug sind, dann habe ich keine Chance mehr. Dann muss ich ihn auf der Digifarm lassen, wo er aber auch nochmal leveln kann. Ich weiß gar nicht, was wir da machen sollen. Ist auch wurscht. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ich cruise jetzt hier einfach mal ganz entspannt raus. Und habe keine Ahnung, wo ich hinkomme. Hey, sorry I'm late. But look, look, I've brought food, just like you asked. Fuka, hurry up, hurry up! Hey, why'd you turn? Lucky, he'll get you soon enough. Alright, come on, Junyu. Your food is always so tasty, Fuka. Genius, you two always search pigs. I wanna play with Fuka, once they're done eating. Yeah, let's play. Hey. Wait, I wanna play. Junyu, you don't have to rush. Take it slow. Hmm. Was that a dream? You're awake. We've got a new kiss to serve. Stop searching like a cat. And check the board. Ich habe keine Ahnung, was das war. War das eine Erinnerung? War das ein Traum? Sind wir in einen anderen Ort gereist? Ich weiß es nicht. Naja, wir haben zumindest einen neuen Fall zu lösen und ich würde sagen, da kümmern wir uns einfach auch gleich drum. Schauen wir mal. Night of the Enigma. Client Masanori. Place Ueno. Halt, mein sister. Warte nur eine ganz kleine Sekunde. Bis gleich. So, verzeiht die kurze Unterbrechung. Schon sind wir wieder da. Gut, nehmen wir also diesen Farmer- Farmer-Expansion-Plugin. Das ist mal ein gescheiter Fall. Ich denke, dass wir etwas mit diesem Traum zu tun haben. Oder mit dieser wirklichen... Keine Ahnung, was es war. So, Kiyoko ist nicht derjenige. Ich gehe nach vorne und schaue diesen Fall vor. Hmm, Pete. Nicht schaue mich so an. Ich kann auf den Telefon und E-Mail machen. Und mit welchen Händen machst du das? Naja. Anyway, on to the case itself. Our client's name is, oh yeah, Masanori. And he wants us to help his sister, I think. That's it. Eh, that's good enough for you. I don't really get why. You don't need to know more. But work is work, so I'm glad. Anyway, he said to visit him in Ueno. Well, he'll explain what he wants more. I feel like a real detective, doing his softer stuff. Okay, vielen Dank, Mini-Pete. Was für eine große Hilfe. Also, jemand will, dass wir ihm helfen. Aber trotzdem, mich macht das mit diesem merkwürdigen Traum. Macht mich irgendwie fertig. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und wie wir da hingekommen sind. Naja, aber das werden wir jetzt erstmal weiter untersuchen. Ueno, wo ist denn das? Also, schau dich mal. Das ist schon weit draußen hier. Und Neueno ist auch schon ein Stückchen weiter draußen hier. Wir sind ja hier eigentlich fast im Zentrum von Tokio. Und hier... Naja, wir werden sehr fahren. So, oh, Katomon. Psst. Warte hier. Hier hier. You're a Cybersloaf, right? I'm a Sonori. The guy who called up for this. Hier come this way. Thanks for doing this for me. Anyway. And sucks to admit it. But I don't think I can protect my little sister by myself. I guess I should explain what I mean by that. You'll see. She's been going out every night lately. And I think, no I know, she's hanging out with a bad group of friends. At this rate, I worry she's gonna turn bad herself. That's why I need your help. I need you to get rid of them. They are deceiving her. I'm not asking you to kill them or anything. I swear, just put them in their place, please. I'm begging of you. She comes out of her in this park every night. I followed her last night and saw her. I'm going right here tonight. And I want you to stake it out with me, alright? Hey, look! There she is, over there! The hell are those things? FUKAS! You're back, yo! And you're back! Come on, let's play! Poor girl. Look at those monsters pretending to be her friend and using her. Come on, you need to go teach them a lesson. What? Why not? You see what I'm seeing, right? If you don't do something, FUKAS... Huh? She looks like she's having fun and stepping in the world would ruin her night? Yeah, you're right. I haven't seen her smile like that in a while. Ever since Tokyo got all messed up, she's just been so out of it. But there she is. All smiles. Happiest girl in the world. She doesn't smile that much even when I'm around. Huh? What am I dumb as I am? Those guys, on the other hand... Well, they're not guys, but... Should I go thank them? Thanks for dropping by today, detective. It... It means me a lot. It... It means a lot to me you do that. I'm still a little worried about her, so I'm gonna stick around a little long and watch her, just to be sure. Well, you're a log content. Does that mean you're done working now? Oh, well, good job. Did you get your reward for it yet? Oh, hey, detective. What's up? You wanna know your reward? But we're not done yet. I'm not paying up until everything is completely settled. You have to stay and watch those three, too. So you'd better be back in the park tonight, too. That's a bummer. But hang in there. There's a still time before nightfall. Why aren't you asleep a bit? Everything looks better when you're well rested. Die... Dies beantwortet aber auch nicht unsere Frage. Ich denke, jetzt wird das sehr passieren wie schon letzte Nacht, dass wir wieder... Irgendwie... Durch irgendeine Verbindung... Dieses Mädchen schon zuvor gesehen haben, was ziemlich merkwürdig ist. Come here, little girl. Nice and calm me. We don't want you to spork those guys besides you now. Officer, you have to hurry up and get rid of those small things before they eat the boy girl. No, no. They're not gonna eat me. Lucky and Juni are my friends. Huh. I guess I don't have a choice. These monsters have to be stopped. People are getting attacked by those things all over Tokyo. I'm not going to stand just here and watch it happen again right in front of me. No, don't. Stop. Stop. You scared me. What's wrong? Did you have a bad dream? I don't really understand what you're saying, but... It's nightman now. You better get going and meet with your client. Fuga and her friend are in trouble. How'd you know that when you've been asleep? It was more than just a dream. The three of them are in danger, hmm? I wonder if you're unconsciously connecting into a network or something while you're asleep. If Kyoko were here... I bet she's a war... No, what's up? Me? I just have no idea. Maybe it's a sign that your body is becoming unstable. Oh, Kyoko. Come back soon. Pete, make me not so scared, man. Now tell me how my body looks like. Also, underbewusst, I'm going to a cyber-speak and I've seen something here. It was already seen. Ganz merkwürdig. Please, step away from these monsters and come here. Slow, sweetie. I'm here to help you. No, I hate you. This isn't good. What the... That... That... Sweetie, come here right now, please. I said no. You're just gonna pull in Junio and Lucky. I know it. I'm not going anywhere. This... Isn't about them now. There's something else behind you. Huh? Rawr, rawr. Oh, hi. Who are you? Are you a friend with Lucky and Junio? I... Hungry. Need food. Is your tummy rumbling? Well, I brought some food. You can have it. If you like... Wanna eat it? Urr, human. Feed me now. Oh! Is that not the cup off? Don't cry, Fuka. We protect you. You won't say a thing on Fuka, Buster. We protect you, Fuka. It's now or never. We'll have to dig a wolf. Diggy wolf? Rawr, no more man, diggy wolf too. Rawr, I like man, diggy wolf too. I can't. Did anything happen? I... I... Thought... All you had to do is dig a wolf was... Your heart enough. Guess not. Ah, still hungry. Hey, there's no way we can think about just playing around with Fuka all the time. It doesn't matter, it's the thought accounts and what I'm thinking we have to protect Fuka no matter what. Yeah, you're right. Even if we can't think about it, we can still fight. You guys? Oh, give me food now. Sorry, but we don't have anything for you. Then we just have grill. We told you already, she's with us. Oh, you guys, it's so cool. Diggie Wolfing is amazing. That's not how it, I better sneak in and land. Better land a hand before it gets messy. Gah, I will nicht, dass Leckie und dem anderen hier was geschieht, man. Das wäre aber nicht so schön. Okay, das ist dann wieder diesen merkwürdige, was aussieht wie Greymon in Merkwürdig. Oh, Cross-Counter, du bist so ätzend, man. So, du bist dein Wien. Nein, nicht gerade. Wieso gar nicht eigentlich. So, Black-Arne-Mon, du gehst gleich mal raus. Und dafür tue mal gleich mal WarGreymon raus. Ich spiele es gar nicht mehr, du hast Leckie angegriffen. So. Oh, wie schade. Oh, paralysiert. Aber er kontert. Ey, alter, er ist paralysiert, man. Und macht tausend Schaden. Yuck, yuck. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, meine kleinen Sukermods zu halten. Ähm, ich muss das, das ist, glaube ich, echt keine gute Idee. Wir machen jetzt erstmal ein Great Journal und schauen mal, wie viel wir dem abziehen. Weil das ist ja scheiße jetzt. Mit dem Cross-Counter macht er uns jetzt verdammt viel Schaden. Ja, okay. Ist der Konto schon wieder weg? Er hält das nur vor einer Attacke? Das wäre natürlich cool. Seltene Metallscheiße! Okay, ist doch nicht so stark, wie ich gedacht habe. Ja, okay. Es sind Rookie Digimods, also. Macht's ja fast hin. Halbzeit. Plotizukamon, nein! Aber keine Sorge. Mein gutes Metal-Greymon, äh, WarGreymon endet schon. Ja, dann konnte er halt, man. Oh, das Moomon ist so putzig, man. Und das Elecmon. Ah, ihr seid so cool einfach, meine beiden. So. Aber keine Sorge, ich bandet das schon, okay? Komm. Für euch, für meine beiden Bros hier, so. Great Tornado! Und so macht man das auf maxi hart, man. So. 3000 Erfahrungen. Ah, gar nicht mal so viel eigentlich. So. Und ich hoffe den beiden Digimods geht's gut und der guten Fuka auch. Oh, ihr seid so großartig. Du hast so großartig gemacht. Und du hast so großartig gemacht. Und du hast so großartig gemacht. Oh, ihr habt nicht gemerkt, dass da ein Rock Raymond war und einfach mal hier in Spiral-Grau gemacht hat. Und dann, ja, egal. Ihr seid so großartig gemacht. Ihr seid so großartig gemacht. Und dann, ja, egal. Ich bin jetzt noch mal hier. Wir haben nicht mehr so großartig gemacht. Wir haben jetzt noch mal hier. Ja. Neu. Ist die case wrapped up for a good now? Oh, im glad. She and the Digimon had fun together at least. Wish i could solve cases like a cool ace detective like you. I wonder what Yoko would say if she were right here now. Neu Neu and Legi combine forces. Neu Neu and Numemon and Legi and the Elecmon. After you take your first syllable from the Spaciers, you get Neu. Neu, is this your metaphor? I suppose. Yes. One could call her what happened here tonight. The night of the living year. Can you see Yoko with your super tollen Anspielungen of the history of the world? What? What you really said it? And do you even know what Neu is? Oh, I get it. You're trying to mess up with me. Jokes on now because I'm onto. Oh crap. I fell asleep. Oh, Fuka. Detective. Where did everybody go? Du wirst kein Detective, mein kleiner Freund. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Okay, der Fall ist abgeschlossen. Wir haben einem guten Fuka geholfen. Und den Digimons, denen geht es noch gut. Was will man mehr? Wir machen nur einen kleinen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Digimon Cyberslauf. Bis dahin, ich verabschiede mich. Und haut rein. Ciao.